Blackwood wird von Öl und Unfrieden angezogen, wie Maden von einem Kadaver. Das Lebensblut der Welt steht auf dem Spiel. Blackwood darf unsere Energiereserven nicht kontrollieren. Jedes Anzeichen von Blackwood im Nahen Osten muss ausgemerzt werden. Ja, genau. Das werden wir tun. Für den Falle mit einer Pistole, die werde ich mich mal so halbwegs annehmen. Auch wenn das sicherlich eine kleine Herausforderung wird. Zumindest mal auf der Karte hier. So, was haben wir denn da? Da unten haben wir noch den Opfer. Und auch den hier. Komm, steh auf, Junge. Herausforderung abgeschlossen. Nicht aufzuhalten. Da oben ist einer, Jungs. So, alle Pistolen-Kills bis jetzt von mir. Hervorragend. So, deckt die. Ich wollte gerade sagen, deckt die Flanken ab. Aber wenn wir da so einen haben, der die ganze Zeit vorstümmt. Ne, warte mal. Ah, das ist ja nicht schon wieder erledigt. Leute, ihr müsst bitte Pistole töten. Leute, Pistole. Normate. Normate. So, 6 von 20. Uns fehlt noch ein bisschen was, Jungs und Mädels. Was ist das da vorne? Ich sehe es gerade nicht, was das für eine Klasse ist. So, 7. Das heißt, 7 von 8. Das sind meine Kills. Oh, oh, das ist ein Mist. Okay, einer ist tot. Das ist natürlich genau der Malik, aber... Hier ein schwerer Schütze. Und wieder einer. Wir brauchen auch noch 9 Pistolen-Kills. Hier ist aufgeräumt. Dann können wir jetzt erstmal auf die Hauptwaffe wechseln. Jungs, ihr müsst euch jetzt verteilen. Okay, hier auf die Hauptwaffe schießen. Oh, oh. Ja, er lebt nach. Komm, Jungs, verteilt euch. Verteilt euch. Verteilen. Komm, komm. Da muss ich mich halt auch bewegen. Komm, zack, in den Rücken. Das wird ihn nicht entzücken. Okay, jetzt muss noch jemand auf die Seite hier. Moment, wartet, Jungs. Ich bin gleich oben. Ich bin gleich oben. Haltet euch fest. Ach, da oben. Stirb. Wir gehen euch für die Evakuierung zum Rufschrauber. Okay. Schütze ist tot. Hervorragend. Hervorragend. So, ich gehe nach oben. Macht ja auch total Sinn als Nicht-Scharfschütze, aber egal. So, da oben ist noch einer mit einem Schild. Da oben ist ein Scharfschütze. So, den mit dem Schild hätten wir auch. So, Jungs, und ihr müsst hier nach oben kommen. Also, da unten rumdümpeln ist nicht. Kommt nach oben. Es ist ja jetzt die erste Mission von zwei. Wir können unsere Ziele immer noch erfüllen. Zumindest mal das mit den Pistolen-Kills. Abkommt. Wo ist Rai da jetzt? Move, move, move. Move, ihr ass. Gute Arbeit, Team. Aber es ist noch nicht vorbei. Halte euch für das Missionsbriefing bereit. Und für den zweiten Teil der Mission. Hervorragend. Sondekills nach Kopfschüssen. Töte Feinde mit einer Pistole. Entschuldigung. Das werden wir auf jeden Fall erreichen. Das sollte kein Problem sein. So, hier drüben wird sich wahrscheinlich niemand zeigen. Ich verschwinde von meinem Fenster. Okay. Tja. Nichts jetzt zu sehen. So, vorrücken. Da war noch einer. Jungs mit Pistole. Oh. Sucht nach Munitionslagern entlang der Konvoi-Route und holt den Tuchschrauber herunter. So. Okay, wir haben es. Wir haben es. So, auch das haben die... Ne, das haben wir nicht. Weil sie halt immer wieder zuvorkommen. Jungs, jetzt kommt es drauf an. Achso, schlechte Kills. Das sind schlechte Kills. Die Schwage. Ich weiß nicht, was schlechte Kills sind. Ah. Jawohl. Das war ein schlechter Kill beispielsweise. Oh, aber, aber, aber. Rückzug, rückzug. Okay, den da vorne hole ich mir. Immer noch nicht. Mist. Na gut. Dann holen wir uns erstmal Raketenwerfer. Achso, Mist. Nicht, nicht slide, sondern... So, wo ist er? Da oben ist er. Findet Feuerwaffen und holt den feindlichen Vogel herunter. Danke, Koppel. Findet Feuerwaffen. Das ist für eine geschmolle Ausdrucksweise. Findet mächtig Pums. So, einmal. Mist. Was ist Verbrauchsgüter wieder hergestellt? Okay. Bedeutet aber trotzdem, dass hier... Ich brauche feindliche Soldaten. Ich brauche noch ein schlechter Kill. Wir alle brauchen den noch. Ach, dass man immer alles selber machen muss. Ein schlechter Kill fehlt uns noch, Mann. Wie Hammer wäre das, wenn wir beides hinkriegen würden. So, hol den Vogel runter. Nee, das war zu... Okay, in meiner Tat. Wo ist er? Da oben. Findet Feuerwaffen und hol den feindlichen Vogel herunter. So, sobald der unten ist, und ich weiß nicht, dass er so... Sobald er im Prinzip zerstört ist, muss ich direkt runter. Mist. Da habe ich jetzt zu weit vorne gezielt. Okay, das war's. So, Messer raus. Ja, aber da kommen doch noch Gegner. Jungs, oh, tötet mit dem Messer. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann tötet mit dem Messer. Und da... Mindestens einen muss ich noch erwischen. Los, vorwärts, vorwärts. Super, da komme ich aber nicht drüber, oder? Ah, das dachte ich war's, ja. Ich komme da nicht drüber. Einen zu... Was? Wo? Ach, da oben. Ich dachte, ich hinter uns. Ah, ist schade, ist schade, ist schade. Wegen einem schlechter Kill. Oh, der Dabisch hätte die meisten Kümel gemacht. Ja. Wenn unsere Kümel auf den Trauber abzuschicken. Ja, juhu. Mist, weg, ein... Schlechter Kill. Ich glaube es einfach nicht. Kratzwutzel Specht. Ist da direkt unter mir, ne? Ja. Kills. Ich habe weniger Kills. Ja gut, das liegt wahrscheinlich am... Nun. 42 Dollar. First Wind Bonus für drei von uns. Fünf, naja gut. Warum nicht? Dann wollen wir nochmal gucken, wie weit das wir sind mit dem Freischalten des nächsten Visiers. Das war glaube ich ein Reflex-Visier und ich glaube das war tatsächlich nur für den Sniper, wenn ich mich richtig erinnere. Werden wir gleich sehen. Aber ich denke, dass wir noch nicht... Doch. Modernes Reflex-Visier. So. Alles reparieren. Verabschieden. Ja, verabschieden. Genau. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oder in einem anderen Let's Play. Ich werde auch nochmal den Tower-Royd anschauen und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja dieses Mal. Wer weiß. Ich bedanke mich fürs Zusehen und 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 ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank.